Gut. Wir legen uns auf den Rücken. Leg dich bitte auf den Rücken. Entspann dich. Schön locker 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 locker. Zehn. Neun. Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Wir ziehen das rechte Knie zur Brust Und wir ziehen ein bisschen zur Mitte Nach innen Zur Mitte Nach außen Zur Mitte Nach innen Zur Mitte Nach außen Immer schön ziehen, 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 ziehen Fest ziehen Popomuskel dehnen Ins Hüftgelenk hineinarbeiten Das Hüftgelenk hekt natürlich mit dem Kreuz zusammen Manchmal strahlt es auch vom Hüftgelenk aus Und alle glauben, sie haben Schmerzen Im Kreuz Und wenn das Hüftgelenk ausgelockert wird Gehen plötzlich die Kreuzschmerzen weg Oh du Wunder Super Super Okay Deine rechte Hand am Boden Deine linke Hand ist am rechten Knie Und wir drehen uns auf Wir drehen uns auf Schön aufdrehen, aufdrehen Und wir drehen uns aufdrehen Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Bleib gleich liegen auf der linken Seite Nimm das obere Bein mit der rechten Hand Und zieh die Ferse zum Popo Zieh die Ferse zum Popo Gehen auf Gehen auf Sehr brav Gehen auf Wer es noch intensiver machen möchte Legt das untere Bein drauf aufs Knie Und drückt das Knie runter Drückt das Knie runter Gehen Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Sehr schön Jetzt bitte das untere Bein nach vorne strecken Zehenspitzen greifen Und wir ziehen bitte das obere Bein noch mehr nach hinten Noch mehr nach hinten Genau Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Und jetzt einfach Bein wechseln Das obere Bein strecken Und das untere Bein beugen Ferse zum Popo Und wir ziehen die Knie auseinander Jawohl Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Ah Super Auslassen Komm auf den Rücken Und jetzt ein bisschen schaukeln Bisschen schaukeln Das Kreuz auslöpeln Ja Ich drehe mich nur um Dass ich euch besser sehen kann Und jetzt ein bisschen schaukeln Fünf Vier Drei Zwei Eins Nimm dein linkes Knie Und jetzt das linke Knie Genauso Genau so Mitte Innen Mitte Aus Mitte Innen Mitte Aus Schön ziehen 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 In's Hüftgelenk Hinein Arbeiten Das ist das schön locker Du merkst selber Nach außen geht's leichter Und nach innen Ja Da spürst du den Popo-Muskel hier Genau Fünf Vier Drei Zwei Eins Super Linke Hand am Boden Rechte Hand nimmt das linke Knie Und aufdrehen Schön aufdrehen Jeder dreht sich auf So weit du kannst Genau Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Bleib liegen auf der rechten Seite Mit deiner linken Hand nimmst du das obere Bein Ferse zum Popo Zieh schön nach hinten Nach hinten Genau Und wenn du wieder das Gefühl hast Es ist zu wenig Dann leg das untere Bein aufs Knie drauf Das untere Bein aufs Knie drauf Genau Super Genau Zehn Neun Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Und jetzt strecken wir wieder das untere Bein Das untere Bein strecken Das obere Bein bleibt gebeugt Und schön aufmachen 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 Genau Zehn Neun Acht Sieben Sechs Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Wechseln Das obere Bein strecken Das untere Bein greifen Ferse zum Popo Und wieder auseinanderziehen Schön auseinander 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 Genau Ganz breit bitte die Oberschenkel So breit du kannst Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Super Zurück am Rücken Einmal noch die Knie nehmen Und jetzt richtig umarmen die Beine So fest du kannst Und schenken Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Sehr schön Wir legen uns auf den Bauch Bauch lang Einfach umdrehen Einfach umdrehen Und ein bisschen wackeln 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 Super Auslockern das Kreuz Die Hände sind unter dem Kopf Vier Drei Zwei Eins Sehr schön Komm bitte in die Sphinx Position So Ellbogen So Ellbogenstütz Kopf hoch So hoch du kannst Und trotzdem wackeln Schön den Rücken auslockern Trotzdem wackeln 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 Super Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Stütz dich ab Komm nach hinten Und schön nach hinten runter Wer kann berühren Mit der Stirn Den Boden Öffne den Brustkorb Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Wir kommen hoch Und wir greifen jetzt bitte mit der linken Hand Hinten das rechte Bein bei den Zehenspitzen Und wir heben das Bein hoch Wir heben das Bein hoch Mit der linken Hand gehen nach Das rechte Bein Mit der linken Hand das rechte Bein Mit der linken Hand das rechte Bein Richtig Genau Und hoch Genau Und jetzt siehst du das Bein so hoch du kannst Ohne die Ball auszuverlieren So hoch du kannst Genau Die richtigen Yoga tanken können Das dass wir die Zehenspitzen bis zum Hinterkopf ziehen Genau Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Sehr schön Wir wechseln Andere Seite Zehenspitzen greifen mit der rechten Hand Es ist das linke Bein Und wir ziehen das Bein wieder hoch Zieh das Bein hoch Ball aus Halten Ball aus Halten Genau Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Zwei Eins Wir lassen aus Wir kommen wieder runter Entspann dich Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei 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 Eins Sehr schön Die letzte Übung bitte noch einmal Ja Rechtes Bein Linke Hand Genau Und jetzt schauen wir mal ob das schon besser geht Ob du schon höher kommst Ja Ob die Ball aus besser ist Genau Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Wechsel Super Und wechsel Andere Seite Und schön hoch Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Super Und entspann dich Sehr brav Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Zwei Eins Wir kommen nach vorne Und jetzt kommen wir bitte in die Cobra Stütz dich eher weiter vorne ab Das ist leichter Ja Das ist dann so eine Mini Cobra Oder du kommst mehr unter die Schultern Und dann kommst du hoch Ja Das ist natürlich noch mehr Noch intensiver Und wieder ein bisschen wackeln Bisschen wackeln Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Sehr schön Wieder nach hinten entspannen Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Drei Zwei Eins Sehr schön Wir kommen in die Knie in die Position Für die Knie Schön auslockern 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 Wir lehnen uns nach hinten Wir lehnen uns nach hinten Komm nach hinten So weit du kannst So weit du kannst So weit du kannst Jeder für sich Leute So weit du kannst Wenn du kannst leg dich komplett hin Zwei Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Sehr schön Komm hoch Stütz dich ab Herabschau in den Hund Und Walk the dog Walk the dog Walk the dog Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Rechtes Bein Hoch Raufzudecken Rechtes Knie nach vorne Das Bein ist angewinkelt Und wir legen uns auf das gebeugte Knie drauf Auf das gebeugte Knie drauf Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Wir bleiben in der Position Wir versuchen aber das vordere Bein ein bisschen mehr zu öffnen Versuch das vordere Bein ein bisschen mehr zu öffnen Komm wieder zurück Und komm nach vorne Und du wirst gleich spüren Das zieht wieder ordentlich mehr in den Popomuskel Seitlicher Oberschenkel Popomuskel Und wieder so tief du kannst Sechs Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Bein Acht Sehr schön Wir setzen uns nach hinten Wir strecken das vordere Bein Wir strecken das vordere Bein In den Spagat In den Spagat Jeder für sich Vorsichtig Vorsichtig Ein Eins Super Bein nach hinten Arme nach vorne Einmal 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 Auf die Koma Komm Und jetzt wirklich So weit wie möglich Stich die Hände unter die Schultern Und hochkommen Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Brustkorb öffnen Vier Drei Zwei Eins Sehr schön Zurück Herabschau Der Hund Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Jetzt das linke Bein hoch Vier Drei Zwei Zwei Eins Knie nach vorne Und Wieder gebeugtes Bein Gebeugtes Bein Und wir legen uns Vorne Auf Jeder geht runter so tiefer kann Zehn Zwei Zwei Neun Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Sehr schön Wir öffnen das Bein ein bisschen mehr Wenn du kannst im rechten Winkel Und dann kommst du noch einmal runter Zwei 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 Das Bein außen. Wir umarmen das vordere Bein. Und wer kann, stirbtief. Zehn. Neun. Acht. Genau. Und wer will, hebt das vordere Bein noch hoch. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Komm hoch. Setz dich nach hinten. Streck das vordere Bein durch. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Komm nach vorne. Und wieder vorsichtig, meine Lieben. Vorsichtig, Spagat. Vorsichtig, Spagat. Kein Zwang, kein Muss. So wie du kannst. So wie es das du kannst. Genau. Tino, wir Kickboxer können das. Genau. Zehn. Neun. Das war mal. Ich konnte das mal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Super. Bein nach hinten. Sehr schön. Und wir kommen gleich in die Hocke. Heute zum letzten Mal die Hocke. Zum letzten Mal diese schöne Hocke. Ja, schau wie gut das geht. Schau wie gut das geht. Schon super, oder? Easy, cheesy. Genau. Fersen sind am Boden. Der Popo ist schön tief unten. Genau. Hüftgelenke sind entspannt. Und super ist das. Das Kreuz wird ausgelockert. Genau. Zehn. Neun. Acht. Könnten so jetzt stundenlang sitzen, oder? Und könnten Schach spielen, oder so, oder? Genau, ja. Oder einen Whisky trinken, was? Das wäre aber eine Challenge, Tino, ja? Das wäre eine Challenge, ja? In der Position, einen Whisky trinken, wäre es erst, der umfliegt. Super. Tu mal noch ein bisschen die Knie auseinanderdrücken, bitte. Gebetsposition. Ellbogen breit. Zehn. Neun. Acht. Kopf hoch, bitte. Sieben. Sechs. Rücken gerade. Schau, dass der Rücken gerade ist. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Super. Komm bitte hoch. Beinchen auslockern. Oberkörper auslockern. Sehr schön. Wir atmen ein. Wir atmen aus. Wir schließen die Beine. Wir strecken uns durch. Und aus. Super. Und aus.